Hey yo Leute und damit recht herzlich willkommen zu einer anderen Folge League of Legends. Ich spiele heute Rengar auf der Toplane, ich spiele mit Jax auf der Toplane, wir haben eine Lux auf der Botlane, eine Ari in der Mitte und eine Fitz auf der Botlane glaube ich. Auf jeden Fall spielen wir gegen Ash, Hackerim, Soraka, Jarvan und Mulfite. Und Mulfite hat Exhaust dabei. Ich glaube, Ash und Soraka Bot, Jarvan Mitte und Mulfite Top. Oder Jarvan Top und Mulfite Mitte. Hm. Ich weiß nicht, warum die das machen. Auf jeden Fall Fitz hat 97%, sprich noch 3%, dann geht's los. Und es hat jetzt schon ewig gedauert, bis er überhaupt zu weit gekommen ist, weil, ähm, weil er ja... Ah, jetzt hat er 100%, weil er hat vorher ungefähr bei 10% dieser Ewigkeiten stecken geblieben und... Ja, jetzt... Jetzt geht's dann langsam. Fitz und Dux haben Ghost dabei. Ja, ich bin kein Freund von Ghost. Ich max zuerst meine Kuh. Und ich überlege gerade, ob ich wirklich auf Dorans Klinge gehen soll. Hm. Ich bin mir nicht sicher. 10 AD, 8 AD. Ja, komm, ich geh auf Dorans. Scheißegal. Ja, Ari geht mit der. Okay. Dann wäre das ja geklärt. Nur unsere Lux. Oh mein Gott. Lux. Wehe, du bist der AFK. GG. Sie hat AD-Ruhnen drin. Warum? Wehe, du gehst auf AD. Junge. Was kaufst du dir? Nein. Ah, hör mal hin. Es sind ja einigermaßen angemessene Items. Bam, 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 bam. Diese Dance. Hehehe. No, 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 no. Ey, dieser Dance, der ist so. Ich weiß ja nicht. Was macht denn der Jackstar? Oh man, oh man, oh man. So, jetzt. Go, go, Gadget. Wir spielen gegen... Ich bin voll gespannt. Spielen wir gegen Jacks oder... Äh, wir spielen gegen Javan oder Malfight. Nein. Erster Last wird versimmelt. Es ist Javan. Oh, GG. Dead Damage. Damage. Mehr Damage. Noch mehr Damage. Lol. Aha. Nein. Und bam, und bam, und... Ah, beide nicht gerickt. Okay. Wen haben die im Jungle? Rrr, Hackerim. Oh mein Gott. Warum denn Hackerim? Ich mag den Kerl nicht. Hacker ist zu OP. Okay. Oh, ich kann mich healen. Oh, GG. GG. Scheißegal. Nein. Nein. Warum bist du denn jetzt gestorben? Lol. Ich hatte gerade irgendwie ein Lag. Obwohl ich ein 20er Ping habe. Lol. Ist ja scheiße. Bam. Ich habe die dumme Vermutung, da kommt ein Hackerim, der gleich gankt. Nein. Ich habe ja den last 60. Oh mein Gott. So. GG. Dieser Damage. Alter. Ich glaube, der Jax, der tankt gerne Tower. Yes. Go, go. Lol. 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 Ich habe gerade First Blood gemacht. GG. Lol. Alter. Ne. Krass. Einfach nur krass. Wenn mich der Hackerim jetzt nicht findet, der nicht in Ruhe Backport machen kann. Was sagt der Ding, Dude? Gut. Also, ich fand's cool. Ich fand's cool gemacht. Sehr schön. Soll ich mir wirklich Knochenzahnkette holen? Ich weiß es nicht. Hm. Komm, ich hole sie mir. Wird schon. Und. Importen. Neun. Ich komme. Ich komme schon. Ich komme schon. Lol. GG. Lol. Er tankt. Warum tankt denn der so viel? Lol. Stirb, Junge. Junge. Lol. Jetzt hat er mich geslowt. Wenn er's gut anstellt, könnte er mich bestimmt umbringen. Ich hoffe mal, der stellt's nicht gut an. Lol. GG. Dieser Damage. Das ist eng krass. Alter, was ich da raushau an Damage. Ach, sozial. Ich bin Gefiel. 2-0. GG. Aber ich hab auch keine Healpots mehr. Die hab ich jetzt alle bei der Monsteraktion grad eben verbraucht. Lol. Ich hab meine Ulti. Brrrrm. Und ich hab eine Knochenkettenaufladung. Knochenkettenaufladung. Das klingt auch cool. Lol. Lol. Ich war das doch gar nicht. Alter. Dummer Tower. Go, go. Oh. Jetzt kommt er wieder. Komm, ich will ihm noch was hinterher hauen. Aha. Komm nachher. Put, put. GG. Jo, und der Vollgas Damage raus da. Was hat... Wie steht die Checks? Ah, 0-1. Okay. Okay. Yes. Lol. Bring ihn doch um. Meine Ulti ist zu spät angegangen. Egal. Egal. Definitiv. Hat sich doch gelohnt. Vielleicht zwar immer nur noch eine Kettenaufladung, aber hey. Egal. Egal. Das Game läuft. Es läuft. Dann helfe ich hier halt bei Blue. NP. Steher 2-1-1. Help me with Blue. Sagen wir mal the please. Kein Problem, wenn ich die Kleinen kriege. Kein Problem, wenn ich die Kleinen kriege. Lol. Alter. Der Damage. Nein, es ist nicht worth. Es ist nicht worth. Lol. Jetzt sterbe ich auch noch. GG. Alter. Alter. Geh weg von mir. Lol. Noooin. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Jetzt. Ich glaube, jetzt haben wir keine Chance mehr. Beziehungsweise keine gute mehr. Lol. Der hat ihn voll odd geplayt. Das war doch irgendwie offensichtlich, dass er da... Noll. Komm. Ja, lass es. Ist egal. Komm. Scheiß drauf. Lol. Ich hab doch gepinkt, Junge. Warum? Warum? Sei doch nicht so greedy. Alter, wir verlieren das noch. Wenn ihr alle so greedy seid. Ja, ja, ja. Dieses ultra greedy Team. Voll krass. Warum hatte ich jetzt eigentlich gerade so einen Speed Buff. Außerdem brauche ich mehr Kills. Das kann doch so nicht weitergehen. Lol. GG. Lol. Ich hab's in den Dicken verpasst. Mann. 6, 5. Na, langsam. Langsam holen wir wieder auf. Hi, Hackerim. Haha. Ich hab dich geslaut. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Komm näher. Lol. Hm. Wahnsinn. Wahnsinn. Haha. Jetzt hab ich meinen Stun. Wie viel Spiel? Oh. 1, 3. GG. 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 Dieser Wichser. Verpiss dich. Oh, jeder hat seine Ulti raus. Malfall hat keine Ulti mehr. Ja. Oh. Es war nicht. Es war nicht was. Definitiv nicht. Es war eigentlich sogar ziemlich schlecht gerade von uns, die Auktion. Hm. Egal. Egal. Malfall hat keine Ulti mehr. Ist ja egal. Ich glaube in dem Game komme ich nicht über eine Aufladung. Oh. Hi. Ich will den Tower jetzt dann haben. Alter Junge. Krass. Auf was geht denn der? Lol. Was kauft sich denn der für Items bitte? Sind das? Das sind noch Jarvan Jungle Items und nicht Jarvan Laning Items. Lol Junge. Was kaufst du dir? Komm her. Bram. Oh yeah. Geht er weg? Lol Junge. Wenn du deine. Wenn du deinen Stunt doppelt aktivierst. Dann. Lol. Lol. Oh mein Gott. Ja super ey. Warum? Ich kauf mir Magieresistenz. Ich hab kein Bock mehr. Ich brauch da ein bisschen Hilfe. Der Hackerim hat zwar keine Items, aber ist trotzdem irgendwie ziemlich gut. Ja hallo. Er hat ja außerdem keine Hits mehr machen müssen. Ich war ja voll lowlife. Er hat ja vielleicht zweimal draufschlagen müssen. Egal. 5-4. Es läuft nicht grad super gut, aber... Naja. Unsere Ari. Ari spiele 1-0 und baut sich trotzdem so ein defensives Build. Ja, Jack ist halt 0... Äh, 1-5. Das ist halt... I go in the jungle. Rengar won't let me farm. Was? Dann geh doch in den jungle. Ist mir doch scheißegal. Heul nicht. Im One-on-One besiege ich den locker. Aus dem Jacks, du hast 26 Minions. Also von dem her. Äh, nein. Nein. Hat er nicht. Oh, es ist wieder so ein super Anzeige-Bug. Aber bei mir war ich Erster. Und bam. Oh, nicht mehr gekriegt. And so, nobody's at jungle. Ja, ist das so. Loll. Loll. 100 Leben. Komm, stirb. Oh mein Gott. Ich mach nicht genügend Damage. Brauch mehr Damage. Erhöhe den Damage Output. 5-5. GG, unsere Jungler. Nice. Warum, warum gehst du junglen? Wa- Nein. Oh mein Gott, warum? Warum muss denn das sein? Ja, jetzt stirbst du wieder. Super. Ganz toll. Du bist der Beste. Oh mein Gott, wie steht der in Ash? 0-1. 0-1-1. Was ist denn? Nee, ich geh da nicht hin. Go away. Ich geh da nicht hin. Ihr müsst ja da nicht fighten, Leute. GG. Nice. And nice. Sehr schön gemacht. Ja, ich glaube jetzt... Boah. Boah. GG, da ist das so easy. Komm. Wenn ihr eben mal fokussen würdet. Boah. Boah. Toll. Also, die Aktion da auf der Botland, äh, auf der... M-M-Ting. War nicht so... Nicht so super toll. Ein Gegner wurde getötet. Und ich hol mir Rap-Buff. B. Ja, ja. Komm. Yes, ist sogar da. Boom, boom. Rap-Buff-Clone, Rap-Buff-Clone. Ich klau mir den Gegner schon Rap-Buff. Ja, wenn du nicht farmen kannst. Junge. Piss dich. Warum hat er mir denn den jetzt geklaut? Warum hat das wieder sein müssen? Hilf mir doch. Junge. Hallo. Dann hilf mir halt nicht. Wahnsinn. Noll. Ich hab den Decken schon wieder verpasst. GG, dieser Jax. Nice. Nice, Jax. Nice. Stolz auf Dichter. Oh my God. Ja, ja. Warum müssen wir denn so komische Teammates wieder haben? So ein Jax, der auf 2,7 steht. Das ist halt schon wieder voll GG. Wenn er nicht farmen kann, kann ich da auch nichts dafür. Noll. Aha. Ari macht einen Backflip. Und baut voll das Defense-Build. mein Maus. My Maus. Dispire. Aha. Schön. Ich weiß nicht, was sie meint. GG. Dieser Damage. Der hat mehr. Dieser Damage. Ich glaub, der hat mehr. Lol. Da hätt ich mein Ulti gar nicht gebraucht. die ulti war unnötig aber kill ist kill vollkommen egal es war auf definitiv also es war definitiv wert die kleine ulti die ist mir eigentlich vollkommen egal 10 8 der ist ganz schön gefeedet ja 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 ich hole mir zuerst bluber für cooldown ich komme mein gott warum hat er denn seine ulti rein für sowas ja du lässt mich wieder kein fahren das ist mir schon klar genau ich pushe die lane ein bisschen aus ich habe den decken schon wieder nicht gekriegt warum kriege ich den denn hier da portet sich einer zu viele zu viele zu viele gegen so viele schaffe ich es nicht hi ash lol 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 was wollen die denn von mir geht's weg von mir Dürft mir ruhig mal helfen. Mein Team movt nicht. Warum nicht? Roll. Alter. Dieses Team. Alter. Wir will ihn zerlegen. GG. GG, easy. Roll. Dead My Fight Ulti. Alter. Dead Damage. Wie viel Damage die drücken. Roll. Oh. Wie viel Damage die drücken. Das ist ja abartig. Warum hauen die so viel Damage rein? Ja, ich kaufe mir noch ein Ding. Und noch ein dann gehe ich ein bisschen tankier. Und dann hole ich mir Toplane Tower. 5, 4, 3. Ich hole mir Toplane Tower. Nimm Teleport her. Und go go. No, den schaffe ich nicht mehr. Der stirbt davor. Egal. Ich schaffe einen ganzen Rest dafür. Bam. Und bam. Oh, nicht gekriegt. Oh, auch nicht gekriegt. Aber no problem. Oh, wieder da. Ich hätte gedacht, die haben Jungler. Will der ein Jungler gar kein Ding. Das ist ja komisch. Bam. Und zacka. Und go, go. Was ist los? Den Tower kriege ich doch. Und Chaga unsichtbar. Aha. Aha. Tja. Oh, oh, oh. Oh, er sieht mich nicht. GG. Er hat mich nicht gesehen. Lol. Und ich habe schon vier Aufladungen. Ich komme. Ja, toll. Schaffen die nicht mal den Tower Tanken einzufokussen. Lol. Lol. Lux. Was geht bei dir schief? Warum? Diese Lux. Oh, Mann. Sorry, Lux. Na, hallo? Mach da jetzt ein Auge rein. Ich will da jetzt ein Auge. Oh, 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 oh. Sehr schön. Good job, Mann. Ja, finde ich auch. Ja, good job. Toplane kommt wieder der Jax und steilt meinen Farm, aber NP. Lol. Hi, Jaban. Ich weiß, dass da jemand kommt. Ja, sag ich doch. Ich hab's da schon wieder gewusst. Kommt der hinterher? Nein, kommt er nicht. Egal. Ich hab geflasht. NP. Lol. Ich hätte gerne einen Bluegoth. Ich will hier ein bisschen hochheilen. Bam. Ich komme. Oh. Vorsicht. Ich komme. Bam. Oh, yeah. Dead Damage. Dead Damage. Kommt da jemand? Nö. Dann gehe ich back. Wenn da nichts kommt, dann gehe ich back. Haha. GG Easy. Was kaufe ich mir jetzt? Geistessicht? Oder ein bisschen mehr Schaden? Hm. Ich kaufe mir Geistessicht. Es läuft gut. Es läuft nicht perfekt, aber es läuft gut. 8,6. Mit dem, mit dem Score kann ich leben. Aber das Team läuft gut. 29,19. GG. 29,19. Ist eigentlich ganz schlecht. Ja, Soraka. Philipp ein bisschen bei denen. Malfert auch. Aber wenn er jetzt, wenn er jetzt top pusht, dann war mich sein Jungle leer. Seinen eigentlich nicht seinen Jungle. Sondern unseren Jungle. Ich komme in der Mitte. Wie viel die tanken. Krass. Yes. Lol. Ich habe alles auf Cooldown. Sorry. Ja, vielleicht kann er noch für irgendwas finishen. Lol. Komm. Finish doch was. Hallo. Einen Assist habe ich immerhin noch gekriegt. Einen. Von, keine Ahnung. 100 möglichen habe ich eingekriegt. Aber, hey. NP. Ich habe sieben Aufladungen immer noch. Bei neun kriege ich Reichweite vom Sprung. Okay. Oh, mit Tower. Sehr schön. 600 brauche ich aber für die Ding. Dann hole ich mir hole ich mir zuerst Red und dann hole ich mir den. Hole ich mir Red und dann hole ich mir Dragon. Oh, das ist dann ne Kuh durch. Ja. Jetzt macht sie's. Okay. Ash hat noch nicht die Überdamage Items. Das ist gut. Ja, ich komm. Na, dann nicht. Da mach ich zuerst Red. Oh, die Team verhalten da schon. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Beste, aber was ich da grad mach. Ach, aber NP. Sie hauen doch schön Damage. Loll, schaffen die den nicht? Doch. Doch, natürlich schaffen sie sie. Da mach ich Dragon. Go, go. Ich will nicht allzu viel Leben verlieren. Aber es geht. Bam. Ah, ich hab ne Fünfer Lebensregeneration. Yes. Oh yeah. GG. Doppelkill und Assist. Wie viel krieg ich? Ich krieg ähm hier wird eine für Trophäe für Tötung. Oh, ich krieg bloß für Töten. Schade. Ich hab gedacht, ich krieg versus auch eine. Aber NP. Ich bin eh gefeedet. Hallo, ich hab schon 10 von möglichen 12. Äh, 14. 14 sind möglich. Ich geh end up da. Voll krass. Und ich kann mir Geistessicht kaufen. GG, dieses Game gefällt mir irgendwie. Und fertig. Top Lane noch ein bisschen Deffen. Schönen Farm einsacken. Oh yeah. Minions. Oh yeah. All those Minions are mine. Nein. Oh, noch gekriegt. Ja, ich komm bitte. Ah nein. Ich brauch mir zuerst Blue Buff. Für ein bisschen mehr Cooldown. Ich find die Ulti von Rengar einfach nur OP. Die ist so krass, die Ulti. Einfach weil du unsichtbar bist und dann sieht dich keiner mehr. Und dann hast du auch noch, glaub ich, sogar Speed Buff oder so. Von dem her. GG. Hab meine Ulti eine Reichweite? Lol. Wusste ich gar nicht. Das wusste ich nicht. Oh. Einen Minion hab ich noch gekriegt. Komm her. Mal feiert. Oh yeah. Gesloped. Bringt mir zwar nix, aber hey. Gesloped ist gesloped. Ist Blue auf da? Ich hab ihm einfach nur ein bisschen geholfen. Ich glaube, ihm ist grad schon wieder das Herz in die Hose gefallen. So ungefähr. Was will der von meinem Blue? Aber. Hey. Hallo. Ich kann's mit euch alle aufnehmen. Okay, das sind dann doch zu viele ein bisschen. So ein ganz bisschen. So ein ganz bisschen. Ganz, ganz wenig. Ein bisschen zu viele. Lol. Bringt mir einmal mal. Das waren's viele. Immer noch nur zehn Aufladungen, aber wenn man mal mein Gold anschaut, dann ist das irgendwie krass. Heimwachtschuhe? Ja. Hey, Leute. Sehr schön. Die destroyen schön alle. Oh, oh, oh. Nice. Nice. Haha. GG. Hackerim hat seine Ulti gebraucht zum Fliehen und ich habe richtig krass viel Geld. Zwölf, acht, sieben. Es läuft gut. Oh. Warum spielt der immer so offensiv und Tower Dive zu viel? Ja, okay. Er hat voll Tank-Items, aber trotzdem. Hallo, Tower Diven braucht man da nicht. Man kann doch auch Save spielen. Bam, 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 bam. Alle Minions sind mine. Okay. Eigentlich läuft es ziemlich gut. Ich weiß nur nicht, wie viel Trinity Force kostet. 5,2, okay. Vielleicht könnte ich die sogar noch schaffen. die 5200 Gold. Ich brauche mehr Attack-Speed. Hallo. Alles in Mitte. Kann ich in Ruhe top pushen. GG, ich habe Ulti sogar noch. Nein. Ah, sie kommen, glaube ich. Ich glaube, die kommen. So. Ah, da ist er schon. No, GG. Ich mache einfach mal meine Ulti an. Zum Fliehen später. No, NP. Ich bringe den noch locker um. Mit meinem Attack-Speed hier und meinem Speed. Oh, KS. Z-KS. Lol. Warum hilfst du mir denn nicht, Lux? Lux, zuerst machst du KS und dann dann hilfst du mir nicht. Schade. Aber, hey, eine Trophäe habe ich immer schon schon mal mehr. Ich habe schon 11. Oh, oh. Dead-Lux-Laser. Yes. Sehr schön. Sehr schön. Komm. Yes. Nice. Haha. Wir haben sie einfach nur zerlegt. 13, 9, 8. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, ich bringe mein Ding nicht mehr ganz fertig. Mein Trinity Forest. What the fuck? My first. Was? My first. First. Is strong. Sorry. Was? Irgendwann der KS. Ja, 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 ja. Heul nicht rum. Sie meint, dass sie viel AD hat. Obwohl sie es eigentlich nicht hat. Hallo, 100. Das ist ja nichts. Ich habe 270. Ich glaube, ich gehe nochmal auf Dragon. Und danach können wir Baron machen sogar. Ich habe voll Bock auf Baron. Ich will Baron machen. Okay, das ist Team Game. Ja, 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 ja. NP, den hätte ich auch allein geschafft. Aber wenn du ihn tanken willst, finde ich das eigentlich sehr schön. Haha. Ich habe ihn getötet und ich habe 25 extra Gold gekriegt. Und go. Yes, das Game läuft richtig geil. Nice. Oh, oh, Hackerim. Lol. Lol. Er ist mit endwenig Leben wieder weggekommen. Egal. Den kriege ich sowieso nicht mehr. Aber ich kann Toplane wieder ein bisschen zurückpushen. Nachdem ich Blue mir geholt habe. Eigentlich hätte ich gleich Jungler werden können, weil so viel wie ich auf andere Lanes rumhängen. Egal. So hat es auch schon gepasst. Nein. Die ganzen Minions. Murder. Meine Minions. Wehe, der Tower kriegt einen. Oh, schönes Gold. Oh. Ich glaube, ich kann mir schon Trinity Force kaufen. GG. Ja, kann ich sogar. 2,7 hat es gekostet. Yes, ich habe Trinity Force. Ich hole mir noch Red von denen, dass der Jarvan bzw. der Hackerim nicht gefiedelt ist von denen und dass ich noch mehr gefiedelt bin. Und dass ich noch mehr gefiedelt bin. Kein IGAP Blue. Ich bezweifle es, dass der Jacks dir Blue gibt. Nein. Nein. Hat er nicht. Nein. Wollte er nicht. Ups. Ja, ja. NP hätte ich gesagt. Ähm. Ja. Da war gerade eine Ari mit voll wenig Leben. Botlin kann man einen ein bisschen durchpushen. Mitte gehe ich gerade. Lol, die sind alle noch nicht voll wild. Ja, okay. Kann ich auch nicht verlangen von ihnen, aber man kann sich doch ein bisschen anstrengen. So wie ich. So, 13,9. Meine Tode sind zwar nicht so gut. Sind nicht die allerbesten. Lol. Was macht denn der? Bam. Yes. Oh yeah. Oh yeah. Oh, nur ein Kill. Oh. Jetzt haben wir gewonnen. Ass. Wir haben sie geacet. GG. Nice. Geiles Game. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und jetzt ist aus. Haben die sogar noch auf... Die haben sogar noch aufgegeben. GG. Dieses Game. Ein Full-Build-Ranker, so wie ich ihn bauen würde. Ich weiß nicht, ob ihn jeder so baut, aber ich fand ihn ziemlich gut so. Ähm. Ich fand das Game richtig geil. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Vielleicht lasst ihr sogar noch einen Comment und ein Abo da, wie ihr es gefunden habt, so. Und dann bis zum nächsten Mal. Im Übrigen, wenn ihr mit mir spielen wollt, ich habe ja einen Livestream-Channel auf Twitch. Da kann ich dann auch Livestreamen und so. Und wenn ihr mit mir spielen wollt, dann schreibt mich doch einfach an. Oder fügt mich zu eurer Freundesliste hinzu. Ihr seht ja die ganze Zeit, wie ich heiße. Wenn ihr es nicht mehr genau wisst, könnt ihr noch ein bisschen zurückspulen. Oder ihr schaut in in meinem YouTube-Channel. Da steht es ja auch, wie mein Ingame-Name ist. Auf jeden Fall richtig geiles Game. Hat mir sehr gut gefallen. Top-Lame war eigentlich GG Easy gegen den. Gegen wen haben wir gespielt? Nein. Jetzt weiß ich seinen Namen nicht mehr. Jarvan. Genau. War eigentlich ziemlich einfach. Und der Hacker im Jungle, der hat... Naja. Geht schon. Auf jeden Fall hat es mich ziemlich gewundert, dass der Jarvan ein Jungler-Item auf der Top-Lame baut. Aber hey, seine Entscheidung. Und hat er gesehen, wie gut es dem Team getan hat, dass er das Jungle-Item gebaut hat. Sie haben ja verloren. Auf jeden Fall richtig geiles Game. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.